hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf die nach dem ticket und heute habe ich das spiel mal wieder haste kasse ich werde starten kennen wir ja schon alle hoffe ich wisst euch jetzt schon das vierte mal dass ich das habe ja ein bisschen müde bin ich noch kaffee in den 1 Meine Puh. Meine Puh. Ja, also bei Thales Quest müsste ich mir jetzt hier ein Video anschauen und das ist dann, ich glaube, acht Mal. Die Tages Quest. Oh, eine neue Trophäe. Schön. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch einen Spieler ausbilden können. Speisesaal. Und Schatzkammer. Der gehört in den Speisesaal rein. Und der, egal wohin, dann setzen wir in der Schatzkammer ein. Auf Level 30 habe ich alle meine Leute schon. Küche. Auf Level 8 auch alle. Das würde ich zur Seite packen. Speisesaal. Und Speisesaal. Der gehört hier. Und wie heißt das? Malenabrunnen. Genau, Malenabrunnen rein. Und der, den hauen wir mal in den Speisesaal rein. Labor sind auch schon alle auf Level 8. Gut. Ui. Danach kommt Herrert am Wohnsitz. und so weiter und so fort. Wie ich schon letztes mal sagte, Kaserne lasse ich aus. Ich möchte erst mal mit drei Leuten so weit kommen wie es geht. Also zurzeit hänge ich ja fest bei den Endboss hier hinten. Aber dafür kriege ich noch gute Punkte im PvP. Da ist noch einer. Das war wenn die Gegner auch schon immer stärker im PvP, dass ich da langsam nicht mehr weiterkomme. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss ja fünfmal PvP gewinnen. Und das geht nur bis vier Uhr, dann fängt der nächste Tag an. Also ich hab nur noch paar Minuten. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ja. Super, super. Das war der dritte. Oh, noch einer. und danach finden wir noch ein einziger Zupi Oh nein Jetzt habe ich folgendes Problem, ich habe nur noch starke Gegner Ich könnte den mal probieren, der ist ein ganz bisschen schwächer wie ich, der hat 120 Kampfstärke, ich habe 122 Aber ich denke eher ich würde das verlieren Deswegen benutze ich jetzt meine 2 Zauber Ich schieße einmal Schaden Ich hätte vielleicht erst den benutzen müssen Naja Jetzt sind meine 3 gestorben Jetzt müsste ich die ins Krankenhaus stellen Weil dort regenerieren sie sich viel schneller, wie ihr auch seht Schon auf dem Weg da runter, fangen sie schnell an zu regenerieren So, fertig Ich mache jetzt noch einmal den Einkampf Wenn man verliert, wird die Laune auch Also wenn du nur noch verlierst, wird deine Laune immer schlechter bis auf 0% Ich probiere nochmal Wir fügen den hinzu Aber den Und den Produzieren Produzieren Und produzieren Und produzieren So, nehmen wir 2 andere Zauber mit Gleich als erstes die Rüstung Schneider, schneider, schneider Zack Oh, nein Nein Oh, schade, schade Mist Das kann doch nicht wahr sein Naja Na gut Aber wir müssen noch den 1 Sieg eigentlich machen Dann Hätte ich die Tagesquests Erfüllt Das wäre dann Wo ist die? Wo ist die? Da Die hier 4 von 5 PvP kämpfen Aber Die mit der Werbung ist eigentlich immer besser Weil du kriegst du die Diamanten Und die sind wichtig bei den Spielen Deswegen Immer die Werbung angucken Na gut Das war's für heute Ich höre jetzt mein Ticket ab Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video dabei seid Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao, ciao